Willkommen, mein Name ist Luns Reinhard von Profi Schnapp.de und ich habe was Neues für Sie und zwar die Bank Maxwell von Coinoa mit zwei Einzelsitzen, verschiebbar, drehbar, in Eiche hier der Sockel und das Ganze hier ist modisch mit Filz außen und Büffelleder oben. Also das ist keine Bank, sondern das ist ein Sofa in Bankhöhe, ist schon super, ich sitze wie auf einem Sessel und jetzt kann ich mich zueinander drehen, hallo, weg voneinander drehen, auch gut zum Aufstehen, ich gehe nach außen, drehe mich raus, stehe auf, wunderbar, also es geht wirklich kinderleicht, die Technik ist gut, ist natürlich etwas aufwendiges, ich kann es auch so stellen, was hier fehlt ist die Feststelltechnik, aber gut, das kostet halt nochmal Geld. Aber gut, die Bank passt sehr schön natürlich zu Eichetischen, Bequemlichkeit, toll, Manko auf viel Fläche, nur zwei Sitzplätze, okay, aber zwei Komfortsitzplätze für Mama und Papa oder Oma und Opa. Ja, kombinieren Sie mit anderen schönen Einzelstücken, mir gefällt das Teil sehr gut, Nachteil, man braucht halt auch ein bisschen Platz, aber gut, wenn Sie viel Platz haben und auch der Geldbeutel passt und Sie Komfort lieben und auch ein bisschen das ausgefallene, natürliche Coiner-Design, dann ist diese Bank ideal für Sie. Die Advertising, wir haben ein Stück bekommen von der Hausmesse für 1.950 Euro plus Fracht. Profischnab.de, Ihr Online-Outlet für Markenbänke, Markenzofas, Markensessel sagt Danke. Schauen Sie unter profischnab.de slash Neuheiten, was es Neues gibt, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnab.de. Bis zum nächsten Mal.